Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Hier schauen wir mal in das wunderbare Thema Nähe. Ich glaube, wir sehnen uns alle nach Nähe. Vielleicht haben wir unbewusst Bedingungen daran geknüpft. Und wie weit können wir Nähe denn tatsächlich aushalten? Also das schauen wir uns mal von verschiedenen Seiten an. Nähe ist ein Sensibelchen, so habe ich mein Gedicht genannt. Das werde ich nachher auch noch mal vorlesen. Aber die Frage ist jetzt mal, wir haben einen ganz breiten Bogen. Es geht um emotionale Nähe, es geht um körperliche Nähe, es geht um geistige Nähe, dass man sich toll austauschen kann, gesprächsmäßig und so etwas. Das gibt da ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und das Thema betrifft den Job genauso wie private Beziehungen und Partnerschaft und so etwas alles. Und da, glaube ich, ticken wir auch alle ein bisschen anders und ein bisschen unterschiedlich. Und sich da auf die Schliche zu kommen, scheint mir von einem großen Vorteil zu sein. Ja, wer entscheidet, wie nah dir jemand kommen kann? Also bist du dir dessen bewusst, dass du unsichtbare Grenzlinien vielleicht ziehst oder gezogen hast, um selber zu entscheiden, wer darf dir nahe kommen? Und was braucht es von deiner Seite zum Beispiel als Vertrauen? Denn Nähe zuzulassen ist ja auch ein Stück, sich verletzbar zu machen, sich zu öffnen. Also ich glaube, zwei eiskalte Typen sozusagen, wenn ich das mal mit warm und kalt hier darstellen darf, die werden so viel Nähe nicht aufbauen können. Also das heißt schon auch, da innen aufzumachen und da innen Sachen zu zeigen, die diese Nähe erst zulassen. Das heißt, für mich geht zu dem Thema ganz viel einher mit Vertrauen. Wie weit kann ich dieser Person vertrauen? Und es hängt sicherlich auch, also das schwangt so ein bisschen hoch und runter, wie ich mich generell gerade fühle, wie stabil ich bin, wie emotional gefestigt ich gerade bin oder ob mir von anderer Seite gerade irgendwie ein Unheil droht, sage ich jetzt mal, bin ich dann plötzlich viel sensibler Personen gegenüber, was Nähe anbelangt. Also als Beispiel, ich habe vielleicht erfahren, ich habe eine schwere Krankheit. Die hat man bei mir erkannt. Und ja, wie reagiere ich da? Mache ich da jetzt erst mal zu und bin doch deutlich schutzbedürftiger, als wenn ich gerade sehr selbstbewusst durchs Leben gehe. Also dieses meine ich, dass wir uns auch selber zugestehen, dass wir da mal so und mal so reagieren dürfen und dass das auch zu unserem Leben dazugehört, dass es schwankt, in meinen Augen. Also ich finde Nähe persönlich ganz, ganz wichtig und toll. Aber ich habe das in meinem Gedicht mit zwei Muschelschalen verglichen. Und dann zack geht die Muschelschale zu, wenn man das falsch einschätzt mit der Nähe. Also ich glaube, ich lese es jetzt doch gleich am Anfang mal vor, hier mein Gedicht. Dann wird sich auch schon manches erklären. Das ist ja aus diesem Buch Gedichte für Lebensfreude pur. Nähe ein Sensibelchen. Nähe aushalten. Warndreieck auf Fluchtdistanz. Ratzfatz bin ich weg. Ich liebe Nähe bis auf die Haut. Wähle Menschen selber aus, denen ich vertraue. Nähe ist wie Bratapfel am offenen Kamin. Herzensfenster weit auf wie Muschelhälften. Verletzbar. Auf Zehenspitzen laufen bei ganz nahen Menschen. Verletzbarkeit braucht Samthandschuhe. Gefährlich diese polternde Direktheit, die sich so kumpelig verstanden wähnt. Zack, gehen Muschelschalen zu. Verschlossen. Nähe wird gewährt. Ist nicht für Geld zu kaufen. Ist ein empfindsames Geschenk. Zur Nähe gehört Distanz. Der frische Wind dazwischen ist die Kostbarkeit, die es zu schützen gilt. Achtungsvolle Distanz will verstehen, sich einfühlen, macht Nähe erst möglich. Das ist mir vor vielen Jahren zu diesem Thema eingefallen und zeigt also, glaube ich, ganz viel von dem, wie ich es empfinde, aber vielleicht auch du. Also Tiere haben ja eine Fluchtdistanz und damit meint man, wie dicht kann der Mensch oder ein anderer Feind sozusagen rankommen, wo die noch nicht weglaufen. Also wenn die eine gewisse Distanz überschreiten, dann springt das Reh weg und erst hat es das noch im Auge. Und so diese Fluchtdistanz, die ist ja, glaube ich, so bei jedem anders. Und also körperliche Nähe von Fremden, mit denen ich mich unterhalte. Manche kommen wirklich einen Schritt zu nah. Also da gehe ich dann schon immer weiter zurück, weil ich den Abstand wahren will. Für mich ist das unangenehm. Also auch das wird für jeden anders sein. Also da, glaube ich, dürfen wir mal hinter verschiedene kleine Ecken gucken, was alles so dazu gehört und was kann ich selber dazu beitragen, was brauche ich von der anderen Seite und kann ich das vielleicht auch signalisieren, dass ich das brauche. Und ja, dass es kein generelles Ablehnen des anderen ist, sondern ob es, wenn du, wenn ich fair genug bin, ihm das zu sagen, dass er vielleicht nicht, also auch körperlich da so eng, ein Kollege, immer so eng an mich rankommen soll, hat er ja eine viel größere Chance, sich richtig zu verhalten. Da er da selber vielleicht anders ist und einen anderen Abstand braucht oder hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das irgendwie eine böse, bedrohliche Gebärde von seiner Seite sein muss. Also da müssen wir, glaube ich, auch lernen, das durchaus mal zu differenzieren. Und sprachlich, ja, also heute ist mir das Du durch das Internet ja so vertraut, dass ich schon manchmal reinpolter in Besprechungen und nun ist das ja auch in meinem Alter gestandet, wenn man sich da noch nach dem Knigge halten will und ich schlage das gleich als erstes vor, ob wir da zum Du übergehen können, zumal ich mir viel besser Vornamen merken kann als Nachnamen. Und das gehört bei mir auch noch dazu. Aber ich weiß noch, dass ich damals im Job, also als ich, wie alt war ich denn da, da war ich so 50 und mehr, mich auf keinen Fall geduzt habe. Auf keinen Fall. Also alle anderen dutzen sich und ich aber nicht, weil ich das tatsächlich unangenehm fand. Und also heute kann ich das nicht mehr so nachvollziehen, aber das war mir wichtig, da eine Distanz aufzubauen von der Sprache her. Also vielleicht, weil ich auch der Meinung war, also sie Dussel sagt man nicht so schnell als du Dussel oder irgendwie so etwas. Ich weiß, ich kann es nicht so begründen. Ja, ich bin so groß geworden, die Unterscheidung zwischen sie und du. Aber also auch da zu gucken, was brauche ich wo für eine Distanz, was ist mir da wichtig oder beuge ich mich da einem Mainstream? Also bei mir ist es sicherlich mittlerweile so, dass ich da auch vielleicht Grenzen von anderen überschreite. Und wenn ich das vorschlage, mögen die dann nicht sagen, ach nein, lassen Sie uns gerne beim Vertrauten, Sie bleiben. So war damals meine Antwort, wenn man das vorschlug. Und dass ich sage, wir haben ein so liebvolles Sie miteinander, dabei möchte ich gerne bleiben, verzeihen Sie das oder so. Und also da auch Formulierungen finden, dass das nichts mit einer generellen Ablehnung zu tun hat. Also schau mal da, was das für dich ist. Und was mir wichtig erscheint ist, wir sollten es nicht als Automatismus machen, also weil wir es immer schon so gemacht haben, sondern weil es uns entspricht, denn sonst kann es auch ein Gefängnis werden, denke ich mal. Also wenn ich einfach dabei bleibe, weil es immer schon so gewesen ist, aber ich eine größere Lockerheit spüre, das anders zu machen oder so, dann wird das ja das Gewohnte zum Gefängnis. Ich bleibe mal bei dem Wort, du verstehst das schon, wie ich das meine. Und da auszutarieren, wo stolperst du vielleicht manchmal sehr in den Raum, so wie ich. Oder wo treten dir manchmal andere zu nahe, wo du denkst, auch ein bisschen mehr Distanz würde mir jetzt guttun, dann könnte ich deutlich lockerer hier sein. So habe ich mal das Gefühl, ich muss ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Also da wird es sicherlich auch Formulierungen geben, wo das dann passt und wo man da einfach mal darauf hinweisen kann. Und wie weit kann ich vertrauen und wenn das einer missbraucht hatte, was weiß ich, ich habe ihm zum Beispiel Vertrauliches erzählt und er erzählt das weiter oder nutzt das sogar zu meinem Schaden aus. Und auch all diese Sachen, das ist so schade, aber mir ist es wichtig, dass der andere auch nicht nur die Zügel in der Hand hat, wie viel Nähe ich zulassen kann. Kann ich, obwohl mich Person A enttäuscht hat, wieder offen auf B zugehen? Also auf den anderen, der da gar nichts mit am Hut hat, also wo es wieder neu starten darf. Und dann behaupte ich ja auch noch etwas, ich glaube, wir haben alle eine Maske auf. Ja, zu Corona-Zeiten hatten wir auch noch eine andere Maske auf, die meine ich jetzt aber nicht, sondern es ist unser Schutz, dass der andere gar nicht wissen soll, wie es mir tatsächlich geht. Weil ich diesen Raum haben möchte, für Schützenwert halte, dem anderen vielleicht auch unterstelle, da kann der sowieso nicht gescheit mit umgehen und so etwas. Oder ich selber brauche erst noch mal Zeit für mich, mich an einen neuen Zustand zu gewöhnen oder so etwas. Also ein albernes Beispiel, vielleicht mag es auch noch gar nicht mal hier hundertprozentig passen, trotzdem fällt es mir gerade ein. Als ich meine Kinder bekam, das war vom ersten, aber auch beim dritten auch immer noch so, war das etwas, wo keiner uns besuchen sollte. Das war also eine kostbare Zeit für meinen Mann und mich und dann eben auch schon für ein weiteres oder zwei weitere Kinder. Und das war mir absolut wichtig. Und dann habe ich eine so tolle Freundin, die sagt, boah, ich wäre am liebsten mit dem Baby aus dem Autofenster sozusagen haltend über einen Jungfernstieg gefahren und hätte jedem zugerufen, das ist das tollste Baby der Welt, hier, guck mal, guck mal, guck mal. Also jeder anders, jeder anders und alles ist richtig. Schau, was dir entspricht. Wo brauchst du deine Rückzugsräume zum Beispiel? Bist du der Typ, der erstmal alles mit sich im stillen Kämmerlein ausmacht? Oder bist du der Typ, der mit einer Freundin über etwas spricht und dann auch selber mehr Klarheit für sich bekommt? Und also ich glaube, dieses große Thema, ja, ja, ich will Nähe, ich will Nähe, können wir gerne mal differenziert betrachten und denken, ja, an der Stelle kann ich das sehr gut, an der Stelle kann ich das nicht so gut und da will ich auch gar keine Nähe. Und da ist die Maske für mich absolut hilfreich. Und ich glaube, wir dürfen davon ausgehen, dass wir alle Masken tragen. Also es ist natürlich schon bei unserer Begrüßungsfloskel, wie geht's dir, antworten die meisten gut oder muss ja oder irgendwie sowas Seltsames. Aber da sagen wir nicht gleich, wie es uns wirklich geht. Und aber zu wissen, ich glaube, darüber dürfen wir uns alle im Klaren sein, dass bei dem anderen, wenn ich an der Person tatsächlich interessiert bin, es wirklich erspannend wird hinter der Maske. Hinter dem, und da bin ich natürlich gerade in meinen Gedanken sehr in der Berufswelt unterwegs. Ich glaube, wir dürfen da ganz viel lernen und das wird ja Gott sei Dank auch unsere Zukunft sein. Davon bin ich ja sehr überzeugt, dass wir, dass auch im Arbeitsleben begriffen wird, dass Gefühle dazugehören, dass wir nicht nur eine produzierende Nummer sind oder so, sondern dass es immer den ganzen Menschen gibt. Und da sind ja jetzt schon so viele Ansätze sichtbar, sehr begeisternd. Auch das Gefühl von Magdalena Rogel, habe ich gesagt, das Gefühl, das Buch meinte ich, das Buch, das Gefühl und zwar Geh-Fühl ist in Firmen wichtig. Und das hat sie da ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und ja, dass Empathie dazu gehört und was ich auch so schön finde zu dem Thema Empathie, nicht alleine dem anderen helfen, sondern ihn befähigen, etwas alleine zu schaffen. Wie wir das mit unseren Kindern machen. Da nehmen wir denen das ja auch nicht einfach so ab und sagen, hier, dann erledige ich das für dich, das wäre ja schade für das Kind. Sondern ich zeige dir, wie es geht und dann guckst du und probierst. Und wenn es auch beim ersten Mal nicht so klappt, ist das gar kein Thema. Also das auch im Kollegenkreis, wenn man merkt, da braucht jemand Hilfe. Und Empathie ist ja für mich Mitgefühl mit Handlung. Also nicht nur hinschauen und sagen, oh Gott, dem geht es aber gerade schlecht. Sondern dann auch tätig werden. Und all dieses spielt mit in dieses große Thema Nähe mit rein. Ja, dieses aktive Handeln in dem Themenkomplex Nähe und das passive Beobachten und Gucken, Wahrnehmen, was ist mir kostbar, was mache ich. Also immer mit Maske, im übertragenen Sinne verstanden, rumzulaufen, weil ich es so gewohnt bin, finde ich schade. Also warum nicht auch einfach mal beim Busfahrer, was weiß ich, oder bei der Kassiererin was durchaus Persönlicheres sagen oder bei der Nachbarin oder so, wo wir immer sonst mit unseren Formeln so unterwegs sind und so. Und das schafft auch schon Nähe, dass man sich freut, sich wiederzusehen und so. Also über Gefühle reden, reden können, ist da auch ein ganz, ganz großer Schlüssel. Also die Frage, ja, wir sehnen uns danach, Nähe zu leben, haben aber, glaube ich, ein legitimes Schutzbedürfnis für Bereiche, und die sind auch wieder bei jedem anders, für Bereiche, die uns kostbar sind. Und da ist Nähe nicht immer gleich Nähe. Also ich bin ja, wie ihr ja längst wisst, so neugierig und interessiert an dem Leben anderer. Und wenn ich da jetzt zu sehr nachfrage, und Mensch, wie war das, wie hast du dich dabei gefühlt, und so und so, kann das auch passieren, dass man das als aufdringlich oder zu neugierig empfindet, weil man keine Worte dafür hat, sich davor zu schützen, zu sagen, oh, du, da ist ja gerade in meinem Leben läuft ja irgendwie was ein bisschen quer, aber ich möchte darüber im Moment nicht reden, verzeihe, das kommt vielleicht später oder so, dass wir auch das lernen, unsere schützenswerte, uns schützenswerte Bereiche da etwas besser abzugrenzen. Also ich hatte immer so ein spannendes Gespräch mit einem, ja, ich möchte ihn jetzt schon mal als guten Freund bezeichnen, Philosoph, Bücherschreiber, und ich hatte die Idee, die Wirtschaft braucht Philosophen. Also eigentlich fände ich, also die Wirtschaft braucht Philosophen, die ganz anders auf das Leben gucken und so, und er erschreckt zurück und nein, 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 das wollte er weder für sich noch generell und so. Und dann fragte ich mal, ist es, weil es da einen schützenswerten Bereich gibt, wie du Philosophie siehst und wie du da angetreten bist, wo du sagst, nee, also das möchte ich jetzt nicht von der Wirtschaft zerkauen lassen oder so. Und so hat, glaube ich, jeder für sich Bereiche, wo er sagt, ah, nee, 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 damit gehe ich nicht raus, das ist meins, das soll auch meins bleiben und das, ja, ich mache da was, vielleicht schreibe ich da auch ein Buch, aber das ist also mehr für mich und so etwas, also guck doch mal, was ist es für dich? Und dann ist Formulieren den anderen gegenüber liebevoll, dass die sich nicht generell abgelehnt fühlen, sondern dass es dein Thema ist, weil du da etwas in dir schützen möchtest und sagst, nee, also das kann ich gerade nicht so gut, vielleicht später oder ich, wenn du weißt, ich bin auch gerade nicht so stabil unterwegs und das wäre mir jetzt alles da noch zu viel, wenn ich das Fenster auch noch aufmache und da zu gucken, was ist da das richtige Maß für dich und das vielleicht auch zu kommunizieren. Und dann dürfen wir uns, glaube ich, auch vor Augen halten, um bei der Muschel zu bleiben, die ich ja vorhin sagte, wo diese Muschelhälften dann mal zack zugehen. Die Muschel weiß ja, mit einem störenden Sandkorn so umzugehen, dass sie das ja zu einer Perle macht, also sie ummantelt das, dass dieses Sandkorn sie nicht mehr reiben kann, nicht mehr stören kann und daraus entsteht eine schöne Perle. Also auch das, glaube ich, dürfen wir vor Augen haben, was da Schönes entstehen kann, wenn Nähe gestört wird, missbraucht wird, will ich jetzt, das Wort finde ich gerade nicht so schön, aber ich habe schon mal überlegt, ja, ich brauche die Sandkörner, ganz ohne Frage, die piksen und wehtun, um wieder einen Schritt weiter zu kommen, um zu gucken und bei mir zu hinterfragen. Kann ich auch, wenn ich jetzt beim Muschelbild bleibe, eine Perle erstellen, ohne dass ich diese Sandkorn da habe? Also, ich glaube, die Muschel kann das tatsächlich nicht, sondern die produziert das immer, wenn da eine Störgeschichte ist und vielleicht ist es ja bei uns genauso. Und dann die große Bitte, schau liebevoll auf all das, was bei dir ist, was schützenswert ist oder wo du Nähe unglaublich toll findest, wo du dein Herz ganz weit aufmachen kannst, dieses Herz auf offen schalten, das tut ja so, so gut. Und dann andere Mittel hast, wo du sagst, also, der kann da ruhig rüberlatschen, das hat mit mir nicht wirklich was zu tun, sondern dann hat der es irgendwie nicht begriffen, aber es riecht mich nicht auf oder so, ich kann das so vorbeifließen lassen. Also, auch das wäre ja nochmal eine schöne Möglichkeit, damit umzugehen. Und wie viel Vertrauen kann ich entgegenbringen, auch wenn ich auf dem Gebiet schon mal enttäuscht wurde, dass ich sage, das übertrage ich jetzt nicht automatisch auf den anderen, weil der dafür gar nicht kann, sondern da kann ich wieder neu Vertrauen und Nähe zulassen. Und insofern wünsche ich dir vor allen Dingen, dass du Nähe, wo immer du sie leben kannst und zulässt, auch richtig genießt und ansonsten ruhig deine kleinen Warndreiecke aufstellst. Alles Liebe. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020